Wir haben natürlich heute in Wien ebensprechend auch eine große Erftshow-Party-Feier. Und wenn es dann dämmert, wenn sich der Himmel, der Trinkersonne, dann wieder in ein fröhlich frisches Morgenrot färbt, dann marschiert. Ich marschier mit mein Tulito hier, bei der Nacht durch die Grinsinger alle. Und der Mond leuchtet liebevoll, mich an. Und schön langsam bemerk ich ja, warum, dass sie nur wie ein Schnecken bei der Kuh, weil ich immer im Serpentinen gehe. Und ein Turi, Turi, und ein Turi, Turi. darin in der großen Bundeshauptstadt Wien für euch Musik machen zu dürfen. Dort hat es begonnen im Jahr 2012 in der Wiener Stadthalle. Dieses Konzert haben wir damals aufgezeichnet und das war auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass es auf vielen, vielen ausländischen TV-Sendern ausgestrahlt worden ist.